You are my sunshine, my only sunshine. Wie gesagt, eine zuhause Isolierung. Wer haftet denn für diese ganzen Folgen finanziell? Denn nach dem derzeitigen Rechtsstand ist es so, die... Üblicherweise wird bei der Verschiebung von Veranstaltungen so verfahren... ...Kampf gegen einen unbekannten Gegner bezeichnete Kanzlerin Merkel die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Eine komplette Absage, so wie jetzt, hat er noch nie erlebt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es war nicht meine Schuld. Es war deren Schuld. Ihr wisst doch, wir waren damit 20 Jahre lang vereint. Aber ich hab's immer und immer wieder gesagt. Bitte, 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 keine Ahnung. Wir machen Sie schon. Untertitelung des ZDF, 2020